Willkommen zum Video von TuningBlog. Heute zum Thema des neuen 2025 Honda Civic Hatchback Hybrid. Bevor es losgeht, lasst gerne ein Abo da, um keine zukünftigen Updates zu verpassen. Der Honda Civic Hatchback Hybrid 2025 setzt Maßstäbe als besonders sparsames Auto und bietet ein Fahrerlebnis, das weit über die klassische Vorstellung eines spritarmen Fahrzeugs hinausgeht. Honda hat das bewährte Dual-Motor-Hybrid-System aus den Modellen Accor und CRV übernommen und in das Civic Schrägheck eingebaut, was dem Fahrzeug eine einzigartige Kombination aus Leistung und Effizienz verleiht. Mit einer Gesamtleistung von 200 PS, also ähnlich wie beim Civic Sai, und einem beeindruckenden Drehmoment von 350 Nm, das sofort abrufbar ist, wird der Civic Hybrid zu einem echten Highlight im Segment der kompakten Hybridfahrzeuge. Der Benzinmotor allein leistet 140 PS, während der Elektromotor stolze 181 PS zur Verfügung stellt. Durch das intelligente Hybrid-System erreicht der Civic Hybrid bemerkenswerte Verbrauchswerte. Honda gibt einen Verbrauch von etwa 4,7 Litern pro 100 Kilometer in der Stadt und etwa 5 Litern auf der Autobahn an, was einem kombinierten Verbrauch von 4,8 Litern entspricht. Wer das Fahrzeug im Economy-Modus fährt, kann diese Werte gut erreichen, auch wenn der Civic aufgrund seiner Agilität zum sportlichen Fahren einlädt. Besonders bemerkenswert ist das regenerative Bremssystem mit vier einstellbaren Modi, dass die Batterie im Sportmodus fast vollständig aufladen kann. Ein besonderes Extra für ein Fahrzeug dieser Klasse. Auch optisch setzt der Civic Hybrid auf Stil und Eleganz. Außen besticht er durch einen neu gestalteten Kühlergrill und eine sportlichere Frontschürze, die sich am Civic's Eye orientieren. Auf Abgasauslässe wurde verzichtet, was dem Civic einen noch umweltfreundlicheren Look verleiht. Zusätzliche Details wie schwarze Fensterrahmen und Seitenspiegel sowie neue 18-Zoll-Räder machen den Civic Hybrid zu einem dezenten, aber stilvollen Begleiter auf der Straße. Innen punktet das Fahrzeug mit hochwertigen Materialien und einer durchdachten Ausstattung, die bei einem Preis von rund 30.000 Euro für das Basismodell und etwa 33.000 Euro für die Sport-Touring-Version bemerkenswert ist. Für diesen Preis sind unter anderem ein digitales 10-Zoll-Kombi-Instrument, ein 9-Zoll-Infotainment-Bildschirm, adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, Google Build-In und ein Bose-Audiosystem mit zwölf Lautsprechern im Paket enthalten. Im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugen wie dem Toyota Prius oder dem Corolla Hybrid bietet der Civic Hatchback Hybrid 2025 ein unschlagbares Verhältnis aus Leistung, Komfort und Effizienz. Mit einem Passagierraum von etwa 2.800 Litern und einem großzügigen Kofferraumvolumen von 640 Litern bietet der Civic auch mehr Platz als viele kleinere SUVs. Rücksitzpassagiere genießen darüber hinaus eine angenehme Kopffreiheit von 94 Zentimetern und eine Beinfreiheit von 95 Zentimetern. Beides Werte, die auch größeren Personen ausreichend Komfort bieten. Der Civic Hatchback Hybrid 2025 beweist, dass sparsame Autos nicht langweilig sein müssen und setzt neue Maßstäbe für das Fahrerlebnis in diesem Segment. Wenn ihr mehr über solche spannenden Neuvorstellungen erfahren möchtet, lasst gerne ein Abo da, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020